Dieses Gerät hier ist der Beinstrecker. Wie der Name schon sagt, müsst ihr hier eure Beine strecken. Das ist vor allem für die vordere, oberstehende Muskulatur. Ihr könnt auch an diesem Gerät hier wieder eure Lehne in den Winkel verstellen. Ihr könnt den Einen nach vorne schieben, nach hinten schieben und zudem könnt ihr ihn einstellen, ob ihr kurz, mittlere oder lange Beine habt. Ich habe lange Beine. Das Polster legt hier kurz oberhalb meiner Hände an. Und die Beine stelle ich hier hinten noch an der Lehne ein. So, dann streckt ihr eure Beine. Das Licht wieder nicht ganz ablegen. Immer etwas Spannung halten. Ohne Schmukarbeit in einer langsamen Bewegung. Aber musst du reagieren.